Hallo meine lieben Freunde meines Kana. Im Süden der Türkei, in dem Gebiet, in dem auch die schweren Erdbeben stattgefunden haben, die bei einer Stärke von über 7.0 sehr viele Schäden verursacht haben und eine Katastrophe verursacht haben, gab es eben wieder ein Erdbeben. Diesmal mit einer Stärke 5.3, das ist ein Beben, welches in dieser Stärke normalerweise keine größeren Schäden verursachen würde, aber aufgrund eben der Problematik, die sich durch die ersten beiden großen Beben ergeben hat, nämlich, dass dort Gebäude stark beschädigt wurden, ist das eine sehr angespannte Situation. Das heißt also, auch ein Beben der Stärke 5.3 kann so Gebäude, die sich so am Rande ihrer Stützfähigkeit befinden, tatsächlich dann auch noch zum Einsturz bringen. Und dann kommt natürlich noch etwas anderes dazu, die Panik logischerweise. Da ist also die Menschen, die hier jetzt leben und im Übrigen auch momentan die Aufräumarbeiten durchführen, die sind natürlich extrem angespannt, wenn die Erde sich bewegt. Das heißt also, wenn da plötzlich leichte Erschütterungen stattfinden, dann entsteht natürlich Panik. Genau das ist jetzt passiert, denn dieses Beben der Stärke 5.3 war deutlich spürbar. Und dann, ja, passiert das, was normalerweise passiert, Panik. Und hier sind sogar auch viele Menschen aus Fenstern gesprungen, weil sie Angst hatten, dass wieder so ein starkes Erdbeben kommt. Also das ist eine sehr, sehr angespannte Situation. Und jedes dieser, ich sage es jetzt mal, obwohl es nicht ganz richtig ist, geologisch gesehen, dieser Nachbeben, also dieser Beben, die jetzt nach diesem Hauptereignis folgen, ist natürlich immer eine Riesenbelastungssituation. Und wir sehen ja das, jetzt auch über ein paar Monate hinweg, dass es immer wieder zu solchen Beben kommt. 5.3 ist jetzt wieder stärker. Ja, das heißt, das spürt man dann schon, aber es kann auch zu Beben kommen, zum Beispiel 6.0, über 6.0. Das ist durchaus denkbar. Man kann das auch sehr schlecht prognostizieren. Man kann sehr schlecht sagen, was sich da im Untergrund momentan abspielt. Kann auch sein, dass es dort zu noch stärkeren Erdbeben kommen könnte. Ja, das ist also nicht prognostizierbar. Das ist genau das Problem, was wir mit Erdbeben haben, dass sowohl diese Erdbeben als auch zum Beispiel Vulkanausbrüche sehr, sehr schlecht prognostizierbar sind. Bei manchen Vulkanen ist es so, dass man einen großen Vorteil hat, bezüglich auch des Magmas, welches von unten nach oben steigt und dann bestimmte Erschütterungen im Untergrund verursacht. Das hast du beim Erdbeben zum Beispiel gar nicht. Du hast überhaupt keine Möglichkeit heutzutage, sowas wirklich zu prognostizieren. Es gibt zwar die Vermutung, was man auch wieder immer liest und auch sieht, dass Tiere zumindest einen bestimmten Vorteil haben bezüglich der Wahrnehmung der ersten Erschütterungen, das heißt also im Infraschallbereich. Das heißt also, wenn es da unten schon rumpelt, manche Wellen pflanzen sich schneller fort im Erdreich oder auch im Untergrund im Gestein als andere Wellen. Das kann sein, dass da tatsächlich eine Welle vorläuft. Aber das ist auch etwas, was man momentan noch nicht wissenschaftlich genau untersucht hat, welche Möglichkeiten man hier hätte, in bestimmten Wellenbereichen tatsächlich irgendetwas wahrzunehmen, was darauf hindeutet, dass da was passiert. Aber da hättest du ja auch keine Vorwandzeit von Wochen oder Monaten, sondern maximal zwei Minuten, eine Minute. Aber das könnte natürlich schon Leben retten, logischerweise. Wenn du zwei Minuten vorher Alarm gibst, dass die Leute auf die Straße laufen, es würde wahrscheinlich sogar reichen. Aber momentan, wie gesagt, noch keine Hinweise, dass das wirklich so funktioniert, dass man es einsetzen könnte, weil man dann noch gar nicht so richtig weiß, warum das der Fall ist. Das können auch, also ich gehe jetzt mal in den spekulativen Bereich. Jetzt ab dem Zeitpunkt, es ist reine Spekulation, eine reine Hypothese, die überhaupt nicht wissenschaftlich untermauert ist. Aber was im Untergrund passieren könnte, ist durch piezoelektrische Effekte, die man ja im Erdbebenlicht erkennen will. Ja, also das ist ja tatsächlich etwas, was momentan auch wissenschaftlich untersucht wird. Aber es könnte sein, dass sobald der Druck dort unten eine gewisse Stärke erreicht, also kurz vorm Brechen des Gesteins, dass dort elektrische Felder erzeugt werden, Magnetfelder. Und ein Magnetfeld ist schneller als der Schall. Das heißt, es wäre denkbar, dass durch diese piezoelektrischen Effekte eine Vorwandzeit möglich wäre, wenn man diese elektrischen Felder messen könnte, dass man dann sagen kann, man hat eine gewisse Vorwandzeit und da muss man schauen, wie das dann so abläuft. Das heißt also, wenn sich Magnetfelder oder elektrische Ströme, statische Felder verändern in einem Gebiet, dass man dann eine gewisse Vorwandzeit hätte. Aber das ist reine Spekulation, reine Hypothese, aber so eine Idee von mir, wie man vielleicht an diese Thematik rangehen könnte. Was wir hier zum Beispiel auch haben in der Türkei und das ist wahrscheinlich auch etwas, was, wenn es denn stattfinden sollte, tatsächlich eine gigantische Katastrophe auslösen könnte. Istanbul, Bosporus und die Faltenzone, die sich hier befindet, also eine Bruchzone. Das ist etwas, was man schon länger prognostiziert. Das heißt also, man geht davon aus, dass hier ein starkes und manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass das auch so sein wird. Und hier haben wir dann ein Gebiet, welches extrem dicht besiedelt ist. Und dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Baustruktur, die du in Erdbebengebieten, zum Beispiel die Japaner machen das sehr gut. Das heißt also, in Japan, da hat man von Anfang an dann, als die Technologie verfügbar war, gesagt, okay, wir müssen Hochhäuser, wir müssen Gebäude erdbebensicher bauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das durchzuführen, aber alles kostet natürlich richtig Geld. Das heißt also, Dämpfungsstrukturen in Gebäuden, die generelle Gebäudestruktur in höheren Gebäuden, wie zum Beispiel Wolkenkraut, dann Ausgleichsgewichte, die schwingen können. Das heißt also, eine generelle Stabilisierung der Gebäudestruktur. Es kostet richtig Geld. Also, es musst du schon auch wissen, dass du da bei einer Stadt wie Istanbul zum Beispiel, das könntest du wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Weil du müsstest alle Gebäude grundsanieren und du müsstest wahrscheinlich sehr viele Gebäude auch abreißen. Also, das ist ein Thema, das ist ja im Grunde genommen ein, ich will nicht sagen, ein Ding der Unmöglichkeit, aber finanziell sehr schlecht zu stemmen. Also, für jedes Land der Welt ist das problematisch zu stemmen. Und deswegen ist diese Situation, die wir in der Türkei haben, eine tickende Zeitbombe. Ähnlich wie zum Beispiel San Francisco. Das heißt also, wir haben ja auch eine Situation, da weiß man, irgendwann kracht es gewaltig, aber man weiß nicht wann und man weiß nicht wie. Also, wie weiß man schon, aber wann weiß man eben nicht. Und bei einem Beben der Stärke 7.5 hier im Großraum Istanbul, das wäre eine absolute Katastrophe. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da passieren würde. Deswegen haben wir auf unserem Planeten einige Gefahrensituationen und auch Gefahrenbereiche, was jetzt Erdbeben zum Beispiel betrifft, auf die wir aufpassen sollten. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir können keine Millionenstädte umsiedeln. Also, ich meine, China macht es, aber aus komplett anderen Gründen. Aber Istanbul, den Großraum hier, irgendwie woanders hinpacken. Also, in der Türkei hättest du ja schon das Thema, dass die ganze Türkei ein Riesen-Erdbeben-Gebiet ist. Du hast also wenig Gebiete, wo du sagen kannst, du wirst jetzt erdbebensicher. Das heißt also, du kommst hier ganz schlecht aus dieser Situation raus und deswegen ist das eine Riesengefahr. Und wie gesagt, wir haben mehrere dieser Zonen weltweit, wo wir davon ausgehen können, dass irgendwann mal ein extrem starkes Erdbeben stattfinden wird. Und die generelle Idee zu sagen, dass man die Baustruktur von Gebäuden und so weiter anpasst, das ist ein riesengroßer finanzieller Aufwand, den, ich wiederhole mich, kein Land im Grunde genommen alleine stemmen kann. Das sind Billionen, die du da investieren musst. Bei den Japanern war es so, die haben relativ früh damit angefangen, diese Grundbaustrukturen neu zu definieren, vor allem in den Großstädten. Und deswegen ist es dort so, dass ein gewisser Anteil der Gebäude erdbebenssicher ist. Nicht alle, logischerweise. Also man hat es ja zum Beispiel beim Tsunami gesehen, 2011 war das, dass hier auch im Vorfeld, als dieses starke Erdbeben stattgefunden hat, schon sehr viele Gebäude zerstört waren. Also natürlich gibt es keine unendliche Sicherheit gegenüber Erdbeben. Ich meine, ab 8.0, 8.5, wenn du da im Epizentrum oder direkt oberhalb des Epizentrums bist, wobei oberhalb könntest du vielleicht sogar noch Glück haben, also ich sage mal, so in einer Peripherie um das Epizentrum herum, ist das tatsächlich problematisch, ein Gebäude zu bauen, welches diese Erdbebenstärken überhaupt stemmen kann. Also Erdbeben generell, das gilt im Übrigen auch für Vulkanausbrüche auf unserem Planeten, sind ein Problem. Jetzt muss man eines natürlich auch dazu sagen, wir befinden uns momentan sowohl, was die vulkanische Aktivität auf unserem Planeten angeht, als auch die Erdbebenaktivität in einer Ruhephase. Also nicht, dass es jetzt gar keine Erdbeben gibt. Wenn wir hier mal rauszoomen, da sehen wir schon immer Erdbeben. Das heißt also, da rumpelt es schon mal, aber das geht auf unserem Planeten komplett anders. Das heißt also, entweder du hattest über hunderttausende Jahre hinweg großräumige vulkanische Eruptionen oder du hattest ständig irgendwelche Erdbeben oberhalb der 8.0. Das heißt also, das ist ja momentan eher eine Ruhephase und das ist im Übrigen auch der Grund, warum unsere Zivilisation sich so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat. In manchen anderen Erdzeitaltern hätten wir das niemals hinbekommen, weil wir ständig dabei gewesen wären, eigentlich ums Überleben zu kämpfen. Wir hätten gar keine Möglichkeit gehabt, so eine Wissenschaft in irgendwie, weil wir wären ja damit beschäftigt gewesen zu überleben. Und deswegen ist das jetzt momentan eine Phase, die tatsächlich eher ruhig ist. Aber das kann sich natürlich auf einem Planeten auch wieder ändern, logischerweise. Das heißt also, nur weil es jetzt mal so Millionen Jahre, vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man ja Eiszeiten dazwischen, aber da war Eiszeit ist ja bloß was anderes wie zum Beispiel überall Erdbeben. Das heißt also, nur weil jetzt momentan eine Ruhephase über sagen wir mal hunderttausend Jahre existiert, in der es solche Erscheinungen nicht in dieser Größenordnung gibt, kann es immer wieder zu großen Vulkanausbrüchen kommen. Oder auch extrem Erdbeben, logischerweise. Und das ist eben etwas, was man auch als Zivilisation irgendwann mal verstehen sollte, dass sich der Planet natürlich ändert, die Situation ändert. Und dann muss man sich überlegen, wie man sich darauf vorbereitet, auf solche Situationen. Und da ist es eben auch so, dass wir uns momentan noch nicht technologisch so weit fortentwickelt haben, zum Beispiel auch bei dem Verständnis von Erdbeben, dass wir hier bestimmte Vorwarnzeiten haben. Also dass man sagen kann, okay, wir kennen die Strukturen im Untergrund, wir können unseren Planeten im Inneren scannen und wissen, wann der Druck zu groß wird, bis das dann bricht. Das sind halt alles diese Verständnisfragen, die man dann auch anlegen muss. Wobei man natürlich auch eines sagen muss, ob man das jetzt hören will oder nicht. Wir als Menschheit können die großen Ereignisse auf unserem Planeten. Das heißt also zum Beispiel gewaltige Vulkanausbrüche über längere Zeit und so weiter und so fort ja eh nicht beeinflussen. Das muss man ja auch verstehen. Wir können manche Dinge vorhersagen, wir können unsere Gebäude anpassen, aber wir sind bei weitem nicht in der Lage, ein Erdbeben zu verhindern. Das können wir vielleicht irgendwann mal, indem wir zum Beispiel irgendwelche Wellen erzeugen, die dann im Untergrund das Ganze harmonisieren. Weiß nicht, welche Möglichkeiten es da auf planetarer Ebene gibt, aber da sind wir natürlich weit davon entfernt. Also Erdbeben, Vulkanausbrüche, generell Naturkatastrophen, das ist etwas, was eine Zivilisation auch an den Rand der Existenz bringen kann. Da kommen wir dann wieder zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Fermi-Paradox. Das heißt also, warum finden wir da draußen keine Außerirdischen? Also warum empfangen wir keine Radiosignale? Nun, es gibt Milliarden Möglichkeiten, warum Zivilisationen nicht existieren oder weil sie vernichtet wurden durch globale Katastrophen, durch plötzliche vulkanische Aktivitäten auf dem Planeten oder durch Asteroideneinschläge oder weiß der Geier was oder sie vernichten sich selber. Das heißt also, ja, das wäre schon durchaus denkbar, dass das auch ein Grund ist, warum wir da draußen nicht wirklich irgendetwas finden zum Thema Außerirdische Zivilisationen. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des Zivilisationen